Hallo und herzlich willkommen bei Elektrologisch, deinem Kanal rund um die Elektromobilität. Heute aus der Serie Tipps und Tricks, etwas wie man die Sitzheizung schnell einschalten kann. Vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren und folge uns auf den sozialen Medien. Die Sitzheizung ist aktuell ausgeschalten. Wenn ihr während der Fahrt diese einschalten möchtet, habt ihr einerseits die Möglichkeit, dies mit dem Sprachassistent zu tun. Oder ihr könnt mit beiden Fingern auf die Temperatursteuerung drücken und dann aktiviert sich die Sitzheizung automatisch. Ihr seht, auf meiner Seite ist diese eingeschalten auf höchster Stufe. Wenn ihr das ändern möchtet, einfach auf Klima drücken und hier die entsprechende Stufe wählen, die ihr gerne hättet. Dann könnt ihr das reduzieren von den drei Punkten auf die erste Stufe oder sogar ausschalten. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr das auch mit dem Sprachassistenten wieder deaktivieren. Ein kurzes Video aus der Serie Tipps und Tricks. Ich hoffe, ihr hattet Spass. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und folgt uns auf den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hattet Spass. Mit derожет Spass.